So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, eigentlich neuer Tag, neuer Shop, aber ihr seht es gerade, der Luca hat es sich nicht nehmen lassen, mir mal wieder irgendwas zu schenken. Ist aber nicht unser Luca, sondern jemand anderes. Ich kenne ihn auch persönlich, ist von meinem jüngsten Sohn ein guter Freund. Grüße gehen erstmal an der Stelle raus, der schlägt nämlich gerade da. Aber ich schätze mal, mein Sohn hat dann so ganz einfach mal gesagt, ach schenk dir mal was, der macht ein Video. Ich werde das dann nachher mal klären, dass mir aus dem Freundesbekanntenkreis keiner was schenken muss. Aber auf jeden Fall, Luca, vielen, vielen Dank dafür. Und wir gucken auch direkt mal, was drin ist in 3, 2, 1, 0. Ja, da schwitzt. Zum Glück nichts Teures in Anführungszeichen. Aber, natürlich, nehme ich auch gerne mit. Und ich wollte mich sowieso nochmal bedanken für alle Kommentare, alle Likes, alles mögliche. Ich sage ja immer wieder, ich mache eigentlich nichts. Ich setze mich hier morgens hin, mache meine Videos und den Rest des Tages chill ich halt. Aber, nee, ich wollte einfach nur Danke sagen. Ich weiß halt einfach nicht mehr, was ich da noch großartig sagen soll. Also, in dem Sinne, euch viel Spaß noch mit Fortnite und haut rein.